Ich als größter UR-Fan. Mal gucken, ob UR ein neues Video hochgeladen hat. Guck mal auf seinen Kanal. Oh, ich kenne mal auf alle seine Videos. Letzte Video ist drei Tage her. Schade, dann muss ich irgendwo mal anrufen. Ich hab mal seine Nummer. Ich bin da sein größter Fan. UR, wollt ihr noch ein neues Video machen? Ja, freutest du? Ja? Ja, hier UR. Was? Du bist mein größter Fan? Hast du meine Nummer? Oh, okay. Du wolltest mich erinnern, dass ich ein Video mache? Letzte schon drei Tage. Oh Mann, dann muss ich ja unbedingt noch ein Video raushauen. Ja, mache ich sofort. Danke für die Erinnerung. Tschüss. Größter Fan. Größter Fan. Moin Moin Leute. Ein hässliches Moin Moin. Hässlich hässlich hässlich. Kommt vom Herzen. Ein Video von all. Von mir. Von der 4. Gelebt nur. 444. Oder 444. Ihr kommt, wie ich nennen will, wie ihr möchtet. Hier drin. Ich hab hier was ganz Geiles. Schon mal Plastik weggemacht. Hab ich im Internet gesehen. Das ist die... Ich hab auch nachgeguckt. Das ist die neueste Version. Ein Superboy. Das ist der Superboy SFC. Hier. Der Superboy. Da kann man tragbar alle Super Nintendo Spiele abspielen. Tragbar. Und wenn man den Adapter rein tut. Für Gamer Spiele. Kann man alle Gamer Spiele abspielen. Das ist ja schon mal gut. Ich packe hier mal aus. Ein tragbarer Super Nintendo. Ein kleber. Da oben ist noch ein Klebestreifen. Den hab ich übersehen. Den hab ich übersehen. So. Ist auf. Ich hab jetzt vorgebracht. Was hab ich für die Vorgeschmack gelöst. Aber... so. 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 Gleich ist er offen. Vielleicht kann ich euch freuen. So. So. Das ist die Konsole. So sieht die von vorne aus. so von hinten so von oben man kann hier oben umstellen von par auf par auf ntc ntsc man hat hier ein button für also ein reset knopf an off kann schon drauf muss noch geladen werden dann hat man hier hat man hier unten kopfhörer einschloss überhaupt mal den ganzen einschluss wie wie gesagt einschlüsse auf genau dem anschluss wie beim original super nintendo hier unten hat man dennoch die anschlüsse für laut leise 4 zu 3 oder 16 zu 9 kann man einstellen kopfhörer anschluss die original knöpfe start und select steuerkreuz und man kann jetzt bei originalkontrolle anschließen und zu zweifeln hier unten kann man das fach und rein tun man hat die schlittertasten jetzt machen wir hier die folie abgemacht ein trachbar super nintendo oder tja man kann hier oben ist sogar sehe ich gerade auch ein av out ich kann sogar noch im fernen anschließen super geil super nintendo doppelt kein original das ist kein original nintendo produkt aber mir gefiel das die die erste version die war sogar billigsten neue version und ich hoffe das Video hat euch gefallen, auch der Anfang, da ihr was Neues ausprobiert und haut rein, bis denne und auf Wiedersehen, eure Uhr.